Ich freue mich Sie wieder auf dem richtigen Wahlkanal begrüßen zu dürfen. In diesem Video werde ich über das Siemens WM14N123 Waschmaschine sprechen. Sie können den Preis und die Verfügbarkeit dieses Modells herausfinden, indem Sie in der Beschreibung des Videos nachsehen, wo ich alle notwendigen Links angegeben habe. Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar und ein Like und abonnieren Sie unseren Kanal. Jetzt ist es an der Zeit loszulegen. Die iQ300 WM14N123 von Siemens verbraucht deutlich weniger Strom als die ähnlich ausgestattete, gleich große Kollegien und schafft es dadurch in die gute Energieklasse B, Skala A bis G. Ein Highlight des Frontladers ist das sogenannte Speedpack L, mit dem Sie flexibel auf Ihre verfügbare Zeit eingehen können. Neben Kurzprogrammen von 15 bzw. 30 Minuten Dauer haben Sie die Möglichkeit, Programme um bis zu 65% zu beschleunigen. Die Endezeit können Sie ebenfalls vorbestimmen, sodass Sie passend zu Ihrer Tagesplanung Ihre frische Wäsche entnehmen. Die Programmauswahl ist nicht gerade üppig, bietet aber immerhin eine Einstellung für Allergiker sowie für Steppdecken bzw. voluminösere Teile. Clevere Optionen für blitzsaubere Wäsche in weniger Zeit Keine Zeit für einen vollen Waschgang? Die Option VarioSpeed hilft Ihnen, wertvolle Zeit zu sparen. Stellen Sie einfach die gewünschte Laufzeit ein oder nutzen Sie die Programme Super15 und Super30, die Ihnen in nur 15 oder 30 Minuten perfekt saubere Wäsche liefert. Zeigt alle relevanten Informationen deutlich an und ist dank der Sensortasten einfach anzuwenden. LED-Display Simple Touch Das moderne LED-Display zeigt alle relevanten Informationen deutlich an, beispielsweise Restlaufzeit oder individuelle Zeitvoreinstellung und ist dank der Sensortasten einfach zu bedienen. Alle Optionen können problemlos ausgewählt werden und sind deutlich zu erkennen. Effizient, langlebig und leise IQ Drive Ob weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurzer Programmzeit mit besten Ergebnissen oder selbst bei höchsten Schleuderzahlen angenehm leise, das alles ist für den bürstenlosen IQ Drive Motor kein Problem. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei. Ich habe mir die Bewertung von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Durchschnittliche Schleudereffizienz Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Kurzwaschprogramm wäscht ordentlich und schnell. Übersichtlich im LED-Display. Sensorgesteuerte Mengenautomatik. Endezeitvorwahl mit Restzeitanzeige. Gutes Preis-Leistungsverhältnis. Das war es mit unserem Testbericht zum Siemens WM14N123 Waschmaschine. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald!